wenn du es sich hinlegen das denke ich mal droppen ich meine so viele klamotten brauchen jetzt auch nicht wirklich ist das hier von mir aus kurs an den guten herrn da vorbei also sind dieses kleidungsgeschäft da da kommen wir schon mal nicht rein würde ich mal sagen das ist nicht wirklich möglich da stehen sie direkt in der haustür also der wird mich auf jeden fall bemerken hallo was wird das hier passiert was machen das kreipen da so ein auto was ein unfall hatte aha 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 so 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 kriege ich mal in den vorgarten da dumm 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 also auf dem erstblick muss ich sagen das spiel macht schon das spiel macht in gewisser maßen fand also ich kann ich könnte verstehen wieso so viele das spiel gut wenn ich rechts mehr viel zu viele zombies komme ich doch niemals umgesehen irgendwo rein das kann es auch vergessen so probieren dass wir bei dem haus ich gehe mal hinten rum ich luke erst mal um die also ein zombie vielleicht noch da und kriegen aber dann der nächste wird mich weg ficken hätte ich dann keine chance mehr ohne veralter wie viel hier sind ich weiß auch nicht wie das hier ist inwiefern die zombies respawn und so müssen würde ich überlegen die einfachen mit der karri hier irgendwie alle platz zu fahren und dann war ist das quasi so kommt das wird jetzt was hier ist kein zombie ist kein zombie schon noch ein bisschen hier durch der da könnte ich jetzt gleich sehen aber es tut er nicht weil es dumm sehr gut so was haben wir dann ist das was oder ist es nur deko hatten wir eigentlich jetzt auch ein bisschen mehr aus wegen diesen sachen hat er jetzt gefunden shells was sind shells ok von joss ja wie sieht denn das jetzt aus bin ich jetzt unsichtbar oder ich habe ein cape ich habe es nicht ernsthaft ein scheiß verfügtes cape aber hier ist nichts sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein ich habe immer noch keine waffe aber hier ist nichts du bist fast abtäp jawohl klebeband wozu wir auch immer klebeband brauchen ich weiß es nicht damit kann ich auch nichts machen kann ich das irgendwie kombinieren oder so crafting kann ich hier mit irgendwie was das dahin und dahin noch kraftig damit irgendwas nein kann ich nicht okay wir können es aus papier nicht hier papier aus kleidungsstücken und klebeband nix kraften ein pc der luft hängt sehr gut so ich würde mal gerne in die bank das ist das nicht spiel alles alles nicht nur hier nichts ok sind das polizeizombies ok komm hier ist was muss irgendwas sein hier ist wirklich was eine note ok steht etwas drauf kann ich die lesen small paper for leaving a message mit f kann ich was schreiben ok so hat extrem dicke mit ausrufzeilen natürlich das weiß ja wo jeder also darüber haben sich jetzt nicht wirklich streiten das ist allgemein bekannt dass das gehört zum grund wissen was aber hier was bist du okay wenn es mal dunkel wird sich was das war's das ist ja es ist nicht so viel ehrlich gesagt schade ich doch hier können jetzt vielleicht wird saufen brauche ich muss mein mikro mal ein bisschen umstellen dass irgendwie ein bisschen zu weit unten ich hoffe man versteht mich überhaupt noch gescheit so dass mir ein bisschen zu viele zum wies ich gehe mal in die richtung krieg 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 und wo komme ich denn eigentlich ich glaube ich war da in diesem vorgarten drin ja genau das nicht mehr das haus hier weil er tut da der sieht mich nicht hier ist noch keiner drin sehr gut war geil was essen so in no space das ist natürlich super und lassen wir mal hier so das lasse ich mal hier ach wenn ich von der karotte sind ich wirklich begeistert bin ich nehme die mal mit das noch wieder muni und wieder eine waffe alter sind hier los so muss ja schon wieder was hier lassen er ist knicklich das lege ich mal hier hin nämlich die waffe mit das dachte dann können wir noch irgendwas kraften was geil ist ich nehme mal lieber die andere muni mit die da hinten noch liegt und erst mal ach moment lol das heißt gar nicht ein schuss und sieben in reserve das ist hier ist nur ein einziger schuss drin das ist ja nicht so wirklich viel das heißt wir hatten eben nur fünf schüsse oder vier oder so die haben wir alle abgegeben und dann war es das ach klar deswegen hat das nachladen auch nicht funktioniert wir haben keine richtige muni ist das vielleicht die ist das sind die richtige muni dafür ich weiß es nicht ich kann mich da wird leider nicht so aus schon mal settings im moment kies reload ist er okay ich würde ich werde es ja dann sehen erst mal entsichern ein schuss ein schuss wir uns auch nicht so viel bringen warte war ein schuss bringt uns nichts ja hör mal auf die zu hier die gruppe genauso ein schuss bringt uns ein scheiß alter ich sehe gerade wir haben schon 26 prozent von unserer strahlungsleiste voll das wäre gar gar nicht gesehen also bild beziehungsweise gesehen ich habe es überhaupt nicht wie gemerkt also ich hätte so eine art krisseln oder knistern erwartet wie bei was da kam jetzt gar nichts das ist auch ein zombie scheiße manchen ist ich bin mir einfach in die karne einsteigungen somis plattfahrer könnte ich der da hinten losgehen ich gucke mal ob ich nun das gebäude noch reinkommen hier war ich jetzt schon drin boah das wird enge ich da schon drin da war ich auch schon drin das ist viele da ist ein see kann ich auch etwas trinken das wäre geil ich kann mich von hinten rein sehr gut soweit habe ich hier ein schönes drin vitamine kann ich mitnehmen kein platz das ist natürlich nicht so gut vitamine ich könnte meinen rucksack oder so gebrauchen das wäre vielleicht nicht schlecht und spaßig ist jetzt die karotten hier wir haben hier haben wir haben hier haben okay ich jetzt ist doch meine unserer strahlungshilfe geht dann nach oben 46 die vitamine bitte okay wir haben anscheinend radioaktiver strahlte karotten gegessen da sei sich so die schlau okay machst du nix adrenalin what the fuck und da schon geil kann ich mir jetzt fallen warte mal warte mal warte mal warte mal ja warte mal das liegt mal hier auf dem boden kann ich die benutzen equip ja jawohl und das heilt fünf prozent adrenalin okay gebe ich mir mal einfach mal gucken was passiert es heilt noch mehr okay und ich glaube unsere ist unsere strahlung gerade ein bisschen runter oder hoch okay alles cool alles cool so darum sind wir sind doch noch mal weg oder sie wie wie kein platz ich habe doch also die vitamine könnte man nicht mal nehmen davon die strahlung unter jawohl sehr gut so habe ich mal sagen heilen wir uns noch mal ein bisschen